In diesem Video lernen Sie Testmethoden und Testtechniken kennen. Testmethoden und Testtechniken lassen sich in zwei unterschiedliche Gruppen einteilen. Die eine Gruppe sind statische Tests. Hier wird noch keine Software benötigt, man kontrolliert aufgrund von Dokumenten. Bei den dynamischen Tests wird eine Software effektiv ausgeführt, beispielsweise auf einem Computer. Aus Sicht V-Modell ist es so, dass die statischen Tests eher auf der linken Seite vorkommen, während dynamischen Tests eher auf der rechten Seite durchgeführt werden. Nun kommen wir zu den Testmethoden. Hier gibt es zwei verschiedene. Eine davon ist das Whitebox-Verfahren. Beim Whitebox-Verfahren kennen wir das Innenleben der Software. Daher kann diese statisch und dynamisch durchgeführt werden. Neben Whitebox gibt es noch Blackbox. Hier kennen wir das Innenleben der Software nicht. Wir geben eine Eingabe ein und erwarten ein entsprechendes Ergebnis. Daher muss eine Software ausgeführt werden und kann nur dynamisch ausgeführt werden. Bei Whitebox-Test statisch gibt es den Review und den Audit. Beim Review wird die Software aus Prüflingen kontrolliert. Beim Audit wird das Vorgehen überprüft. Beispielsweise wurde richtig dokumentiert. Whitebox-Test dynamisch gibt es die Anweisungsüberdeckung und die Zweigüberdeckung. Bei der Anweisungsüberdeckung wird überprüft, wie viel Prozent der Anweisungen bei einem Testfall durchgeführt werden. Bei der Zweigüberdeckung liegt der Fokus beim Zweig, also bei den Bedingungen. Dynamisch Blackbox gibt es Äquivalenzklassentests sowie Grenzwertanalyse. Daneben gibt es noch die intuitiven Testfallermittlungen. Das sind Testfälle, bei welchen die Erfahrung der Tester genutzt wird. Hier noch die Zusammenfassung. Aber ich werde hier auch den Önhalten der Tester genutzt werden. Daher steht unter하tycznie.